Was kriegt das Ding jetzt auf, Alter? Buh! Ops! Hä? Ah, okay, hier. Ah! Äh... 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 Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir gehen mal drinnen gucken. Ausdauer gesteckt, sehr gut. Nice. Hallo? Wohnung? Wohnung betreten. Okay, wir gehen mal in die Wohnung. So, Garage. Amagi. Zack. So, Leute, hier steht ja auf jeden Fall mein Auto. Mein mega geiles, sexy, heftiges Auto. So. Ähm... Warte mal einsteigen. Ich weiß noch nicht mal, wie man einsteigt mit dem Auto. Ich glaube, es ging irgendwie mit... Uh. Ah, wir haben es aufgeschlossen. Und jetzt steigen wir mit F ein. Und jetzt müssen wir das Auto anmachen. Jawohl. Jetzt fahren wir mal vorne zur Haupttür. I don't know, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kriege mein Auto leider nicht raus. Können wir dagegen fahren? Ups. Ach du Scheiße. Ups. Okay. Wir machen es mal aus. Wir schließen es mal ab. Vielleicht kommen wir jetzt von außen ran. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. So. Lull. Hallo. Hey. Hallo. Warte mal. Wie haben Sie Ihr Auto rausbekommen? Ähm... Es war eigentlich ganz einfach. Ich musste nur auf der... Bei der Garage den Buchstaben H mit... Also drücken. Während ich den Schlüssel für das Garagentor gedrückt habe. Äh... Umgedreht gerade. Okay. Alles klar. Ich stecke einfach mal bei Ihnen ein. Mein Auto steht im Moment immer noch in der Gerade drin. Ja. Dann nehme ich Sie gerne mit. Ich meine die Sonne scheint ja. Ja. Dann können wir auch mit dem Cabrio fahren. Jawohl. Aber ich weiß halt nicht, wie die Verkehrsregeln so hier... Ja, beim Stopp-Schild wohl anhalten. Ja. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und über Rot fahren. Goll. Stopp-Schild. Über Rot. Stopp-Schild. Über Rot. LOL. Ja, ich fahre mal in den Regal-Sea, glaube ich. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Radio angemacht. Und wo? Hä? Ich habe vorne an deinen Knöpfen umgedreht. Was? Also, die Knöpfe am Radio. Und zwar stand eben auf Aus. Ich habe einfach mal was angemacht. Ja, natürlich auch du. Anders hätte ich doch schon gemerkt. Ach, da fahren wir. Oh, korrekt. Geil, geil. Let's go. Wuuuuh. Oh, ich sollte mir angewöhnen, meinen Motor auszumachen. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Mal. Auf mein Konto. Kontostand. Erstmal meinen Kontostand abchecken. Oh. Egal. Okay. Warte mal. Auszahlen. Betrag eingeben. Ich weiß nicht, wie... Funktioniert dein Bankautomat? Ja. Mein Bankautomat funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie viel ich abheben soll. 500 oder was? Ah, jetzt funktionieren. Ich nehme einfach mal 500. Ah. Oh. Lul. Okay. Zurück. Harte auswerfen. Danke. Wir hören Sie uns bald wieder. Check, check. Let's go. Auf zum Handy laden. Möchten wir ein neues iPhone kaufen? Warte, ich will mal kurz gucken, bevor wir losfahren. Ob das Radio jetzt funktioniert. Okay, mach mal. Ich dachte, man denkt gerade richtig komisch. Aber irgendwie ist es doch nicht so. Wie hast du das Radio anbekommen? Bin ich. Das ist Brandon. Achso. Also drei, zwei... Pass mal. Da war auf der Karte. Das ist ja dann so. Okay. Holy shit. Und das macht ihr Schönes. Sie ist frisch angereist. Und ich fühle sie jetzt gerade so ein bisschen durch die Stadt durch. Und so ein bisschen. Weißt du? Eine Frischlingfrau. Keine Ahnung. Sie sagt nicht. Genau. Ja, also... Frischling ist man ja, der Ben. Ja. Genau. War das eine Ente? Warte mal. Ist da wie eine Maus getreten? Oder was ist hier passiert? So sieht es aus. Lola. Ja? Komm, sing mal was. Hast du jetzt deine... Hast du deine Gitarre... Ist deine Gitarre jetzt eigentlich mit weg gewesen? Oder hast du die noch? Was singen wir denn? Nein, das ist mein Leber. Ich singe überhaupt nicht. Du tue 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 tue. Ruht dich und freundlich so. Hapfer und gläubig. Hör dich, wirklich kämpfen sie auch für dich? Den Felden, da Bäumen und Steinen, denn wir sind. Dort sind sie zu Hause. Und jetzt so. Gummibär! Gummibär! Hüften hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibärten. Yeah. Das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Kommt auch hierher. Und zieht einfach mit. Nein, lass dich selbst. Du steigst es bei ihm ein und steigst mein Auto ein und wir fahren einfach weg. Scheiß auf Brandon. Okay, alles klar. Let's go. Oh, wie gemein. Weil es ist überhaupt nicht verabschieden. Das ist mega assi. So gar nichts. Nicht einfach anhalten. So, jo, tschau. Und dann losfahren. Ja. Wo ist Dings hier? Ah, okay. Hier ist er. Er wurde mitgenommen von dem anderen. Richtig gemein. Du bist so assi. Ja, das ist halt der Vorteil. Ich habe eine Waffe. Du nicht. Also ich würde ruhig sein. Doch nicht. Ich bin ruhig so. Ja, schön gekauft der meine. Nicht du. Ich meine die Kackschwuchte vor mir. Wow. Wow. Ohohohoho. Alter. Alles gut? Hallo? Alles gut? Alles gut? Alter, er fährt einfach weg. Er steht da oben noch. hoch. Let's go. Hoch da. Komm Junge. Ey, ich stehe bleiben. Ey, bleib hier, Mann. Ey, bleib hier, Mann. Budi. Der haut ab. Alter. Das hat er mit Absicht gemacht. Das ist ein Schwuchte. Junge, Alter. Haut er einfach ab hier. Oh Mann, ey. Aber vielleicht kommt er gleich raus, oder? Da ist er draußen. Hä? Du kannst schön laufen. Komm. Du wolltest doch eh gehen. Bleib jetzt schon mal hier. Dann musst du dich nicht hochfahren. Ich würde zum Unfall. Komm. Komm. Lauf. So, let's go. Hey, ey. Guck mal. Jetzt hör mal zu, okay? Jetzt hör das. Hey, ey. Was? Ey. Was machst du schon wieder hier? Hä, wieso? Digga. Ich schwör mein Gott. Okay, jetzt fick ich dich wirklich. Junge, Alter. Fuck. Reicht, Digga. Jetzt reicht. Ey, was denn los, Alter? Was denn? Junge, ich bin das erste Mal hier, Alter. Junge. Oh, tschüss, Alter. Tschüss, tschüss. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Pass auf. Oh, tschüss, Alter. Fuck. Junge. Ach, du Schöße. Ah, da bist du. Ja, ich steck ein. Alles klar. Ach, super. Okay. Sicher? Jetzt auch. Digga, was hast du in deiner Hand? Ach so. Hä? Ey, geh mal kurz Tipperschlüsse. Muss ich mir doch geben. Hä? Soll ich dir den wiedergeben? Ja, ja. Ja, ja. Was? Nee, Bruder, weiß ich nicht. Ja, so willst du mich. Ich muss noch morgen arbeiten. Ja, kein Ding. Ist ja kein Problem. Ja, ich muss noch morgen gehen. Ja. 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 Ja, ich muss noch morgen gehen. Ja. Nicht mal. Ja. Ja, ich kann mich nicht mehr ausprobieren. Warte Ich komm jetzt hier raus Kommst nicht raus Warte, warte, warte Was? Ja, ja, äh Wenn ich das auch vergisst Du weißt, du wirst wahrscheinlich über Zipper, äh, also allgemein Schüsse gehen Oder? Was? Du weißt, der höchste Scheiß mir immer Flüsse gibt Äh, ja, ja, ja Oh, Leute Okay, warte mal, äh Äh, hier Und Zipper 2, ne? Ja, Zipper 3 Okay, warte mal, äh Alter Warte, ja, du hast Zipper 2, Zipper 2 Okay Du kennst nicht mal irgendwas mit Z3 oder so drinnen Ich weiß nicht, ich find das grad nicht in meiner Tasche hier Also den Schlüssel hab ich aber irgendwie komm ich mit meiner Hand da nicht rein Aber du musst Unten, wenn du so da bist, you know Und, ganz unten, wenn du so da bist, you know Und, ganz unten, wenn du so da bist, you know Und, ganz unten, wenn du so in deiner Briefkastche steht nur was mit Schlüssel, die da geben und so genau Ah, ah, okay, ah ja, okay, jetzt hab ich, jetzt hab ich Okay, jetzt Okay Tipper 2 Alles klar, so Ja Sag dir, ob du so Und Sag Aber warte, ich mach mal kurz, ich mach mal was hier oben weg, ne? Äh Können wir den helfen? Gibt's da noch? Äh, wir chillen hier grad, ich wollte ein bisschen an, äh, was drehen Alles klar, Moment, ich dreh einmal Ja Dir ist gegen das Auto am besten? Nö, natürlich nicht Wird teuer Wird zu irgendwas auch nicht sagen Das ist mein Auto, wir wollten mal nachfangen, ob alles okay ist Ja, ja, alles okay Ja, bis jetzt ist alles okay Alles okay Ja, super, freut mich, wenn alles okay ist Oh ja Gut, dann lass uns ja nicht aufhalten, schönen Abend noch, ja? Okay, dann gleichfalls Ja, genau Und den Chief of Police hast er schossen, aber der hat überlebt Aber lag er schon, oder? Ja, hab den bewusstlos geschossen, weil er zu viel Blut verloren hat Oha Er hat schon, schon etwas Der hat nur zu viel von 5 Stunden überlebt Oha Fade Heißt du? Hä? Heißt du? Wie ich heiß? Ja Ben Ben? Ja Ben oder Ben? Ben Mit B? Ja, ja Machst du hier? Ich hab doch eben schon gesagt, Rohstoffe in meine Fabrik bringen Was für Rohstoffe? Oha Eisenerz Warum guckst du eigentlich immer in den Koffer rum? Das ist leer Wie weiß Kriminell weißbar, warum haben wir das ja kennen? Hä? Bei Tattoo Wie weiß Hast du mir eben erzählt Wie heißt du? Oh Leute, ich muss weiter Ne, musst du nicht Mach 4 Doch Das kostet aber 5 Dollar wenn du weiter willst Ja, okay, die überweis ich euch Ne, Barzahlung Ne, geht nicht Ich brauch Cash auf der Stelle, ich muss Kippen kaufen Wollen wir zusammen fahren? Ey, lol Alter, wie geht das? Hä, wieso kannst du jetzt mit meinem Auto fahren, Alter? Holy Shit Warum ich so gut Auto fahren kann? Nein, wieso kannst du mit meinem Auto fahren? Ich glaub ich hab das nicht auf... oder? Ne Ja Ja Ey, ich glaub du müsstest bald mal tanken, der ist nur noch zu 23% voll Ja, ich muss mal gucken, ich weiß nicht Ich bin doch erst seit einer Woche oder so auf der Insel jetzt Was bin ich? Bin ich bin seit... Wir fahren jetzt ein bisschen rum, ich möchte spazieren fahren Boah ey, nein, jetzt bleib mal stehen Hahahaha Oh, hast einen Unfall gebaut da Oh, bleib mal jetzt stehen hier Hallo Hallo Bleib mal jetzt stehen Hahahaha Es kommt schon Bleib mal stehen Oh man Aber du kommst auch nicht mehr raus Komm ich... Komm ich von der Seite nicht auf den Fahrradsitz? Äh, doch Du müsstest mal gucken, ob du dich abschneiden kannst Okay Äh Hahahaha Okay, irgendwie... Ich fahr, warte Ne, nein, warte Ah, du... Du kommst nicht mehr rein, ne? Ja Oh man Aber du kommst auch nicht mehr raus Ja, ich komm aber auch nicht auf den anderen Sitz auf Ja Kann mich irgendwie nicht abschneiden Hahahaha Ja Du musst doch aufsteigen doch Hahahaha Dafür musst du aufschließen Ne, ich... ich... Okay, warte Ohne aufschließen komm ich raus Aber ich komm nicht mehr rein Genau Ja Aber ich komm rein, wenn du aufstehst Ja, wenn ich aufschließe Hahahaha Du bist ja Doch, doch Wo bist du? Hallo So? Ey, nee So Hallo Hacks von meinem Auto Alter Hahahaha Ja, das ist aber echt komisch Normalerweise kann man doch den Äh, nee Da ist... Komisch Da ist halt das Steuerknüppel im Weg Achso Wenn du dich dann mit dem Arsch raus setzt, das tut weh Okay Ich hab Zeit Ich auch Oh, ich auch Einfach musst du ausschließen Näää Pfff Aha Wo bist du? Oh Jetzt wird sie mein Auto wegnehmen, oder? Ne Baby me tan zwinga kasi rassetikou na Baby me tan zwinga kasi rassetikou na